Neulich fragt mich ein Patient, wenn ich als gesetzlich Versicherter zu Ihnen in die Privatpraxis komme, bekomme ich doch bestimmt eine riesen Rechnung ausgestattet. Mein Name ist Dr. Petrides und ich bin Gefießspezialist am Neuenwein in Hamburg. Die meisten gesetzlich versicherten Patienten denken bei dem Wort Privatpraxis sofort an eine mehrere hundert Euro teure Rechnung. Mit diesem Vorurteil möchte ich an dieser Stelle aufräumen. Selbstverständlich möchten wir in unserer Praxis jedem auch gesetzlich versicherten Patienten die Möglichkeit geben, sich mit einem Gefießproblem bei uns vorzustellen. Und aus diesem Grund haben wir auf unserer Website einen Link installiert, der auf unserem Terminbuchungstool einen völlig transparenten Einblick gibt in die Preise und in die Kosten, die mit so einem Besuch verbunden sind. Sodass sich jeder gesetzlich versicherte Patient selber ein Bild davon machen kann und selbst entscheiden kann. Und die Reaktion der meisten Patienten, die sich das angucken, ist hinterher, das ist ja gar nicht so teuer, das hätte ich nicht gedacht. Insofern möchte ich Sie vor allem als gesetzlichen Patienten dazu ermutigen, machen Sie sich selbst ein Bild und entscheiden Sie. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.